So, willkommen zum nächsten Part von Terraria, ne? Äh, Justin? Ja? Justin? Ich geh weg. Wieso? Ich hab vier Gold. Ja, dann solltest du, glaube ich, weggehen. Ich hätte auch ein Gold, jetzt hab ich nur noch 30. Ja, ein Gold hab ich von dir aufgesammelt. Jetzt ehrlich? Ja. Voll der... Kriegst aber nicht wieder. Voll der Linke. Wenn du immer stirbst, ne? Was soll man da mal ruhig... Was soll man da machen? Hätten wir genug Stein, könnten wir uns ein kleines Häusle bauen. Häusle, weißt? Oder Holz. Holz. Holz, äh, Holz hab ich nix mehr. Alter, diese f***e Augen, ey. Leon, hast du mal ne Bombe gekauft? Eine brauchen wir noch. Ich hab fünf Stück holen. Okay, perfekt. Dann kommen wir im Streck wieder der Boss. Und ich glaube, ich hab diesmal... Ich hab diesmal zwei Mana-Sterne mehr. Wir müssen halt ziemlich aufpassen. Ihr dürft euch einfach so... Kannst das dann zweimal hintereinander direkt hauen, oder wie machst du das? Ne, das ist einfach dieser Zauberstab, der verbraucht ja Mana. Ja, wie viel? Fullhit? Boah, das weiß ich gar nicht. Oder steht das hier? Zehn Mana. Wie viel hast du? Momentan... 80. Das heißt, ich kann achtmal hintereinander casten. Und manchmal droppt der auch, wenn ein Ding stirbt, 100 Mana droppt der dann. Dann kann ich das aufheben. Dann hab ich wieder full. Dann kann ich wieder hauen, weißt du? Vorher konnte ich halt nur viermal hintereinander. Der war fast tot. Ich hätte fast geschafft. Hier ist ein blauer Stern. Ah, das gibt... Das ist diese 100 Mana. Ja. F***. Oh mein Gott. Alter, ich komme hier nicht rauf. Wie kann man in diesem Spiel sterben, Alter? Sagt der. Ähm... Leon, hast du auch noch ein bisschen Holz? Nö. Ah, ich kann mich mitbringen. Ja, bring mal ein bisschen mit. Nur ein ganz bisschen. Oh Mann, ich bin lieber draufgegangen. Und da kommt man nicht runter. Ich kann aber nur foulen, halt. Egal, scheiß drauf. Bisschen. Ja? Ich bin hier gerade draufgegangen. Bisschen, dann ein viel. Warte mal. Ich komme hier gar nicht runter. Alter, ich komme hier gar nicht weg. So, jetzt habe ich es. Alter, da kommen doch gleich zwei von den Scheiß. Mann! Wieso baut er die ganze Zeit? Scheiß, jetzt glaube ich... Oh f***, ich habe mich hier eingebaut. Ich komme hier nicht mehr raus. Ich komme hier nicht mehr raus. Wie denn? Ich brauche hier eine Bombe. Sonst komme ich hier nicht mehr raus. Ja, dann bist du tot. Ja, weil dieses Kackvieh hat mich angegriffen. Ich habe auf drei gewechselt. Aber nein, er hat immer noch die Steine genommen. Ich glaube, weil ich die in der Hand hatte. Das ist kacke. Und die kann man nicht abbauen, die Dinger, oder? Ja. Deswegen brauche ich... Eine Scheißbombe hier. You need help. You need some help. Nein, you need some love. You need some time. Alura! Alura ist eigentlich... Ist das die Pflanzen, bitch? Oha, du hast bitch gesagt. Wie vorhin kommt da, natürlich. Achso, tut mir leid. Ist das die Pflanz... Ist das die Pflanzendreckige Straßenfrau? Genau. Besser. Du bist nicht du, wenn du hungrig bist. Du bist nicht du, wenn du hungrig bist. Nein, da bin ich nämlich... Da bist du evil genius. Ein Mensch. Leon, ich brauch dich. Komm. I'm on my way. Ich weiß, dass du mich brauchst. Du brauchst mir nicht sagen. Leon hat es geschafft, herzukommen, indem ich versuche, hier rauszukommen. Minato ist auch gleich mit seinem Regenschirm da. Und ich hau grad ab. Ich hab auch ne neue Waffe. Ich hab jetzt, äh... Ich hab nichts gefunden hier. Oh, ein, ein Stab. Ein Schuhstab. Saphir? Ist das der oder? Minato. Hä? Ist das der Saphir-Stab oder? Juh. Ich hab Saphir gefunden. Ey, was ist denn dat bitte, Alter? Ich hab ne Halsgeliefe. Ja, da runter, glaube ich. Juhu. Was hast du? Haltkette ist mein. Oder nein, warte, doch nicht. Nein, ich weiß, das selber nicht. Sorry, ich hab's nicht. Ja, lauf noch rechts. Ach, ja, du, wo läufst du hin? Du läufst ins Eis. Da müsst ihr noch auf mich warten, ne? Und ich booste halt den ganzen Weg zurück und dann wieder herkomme. Weil ich viel Gold will ich ungehend verlieren, wenn ich zu sagen. Ich wurde grad in LoL zugeschrieben. Also die Community geht vor, vor Justin, also. Mach. So ist das halt so. Alles geht vor Justin. Okay. Das ist... Also im nächsten Part wird Leon, glaube ich, nicht mehr dabei sein. Oh man, wie kann man so fast denn sich da so zubauen? Ja, das ist... Mich hat zum Vieh angegriffen. Komm mal her. Ich muss einfach hier ne Bombe reinschmeißen. Oder hier oben da. Und du gehst dann mit dem Spiegel zurück. Nee, ich will ja nicht zurück. Ja, aber... Ich will aber zurück. Mir hätte in den Spiegel gehen können. Wer war einfach da oben ne Bombe hin. Da, wo ich die Fackelgarde platziere. Minato, konntest du was nicht früher sagen? Okay, die war fail. Weil hätte er mir den Spiegel gegeben, hätte ich einfach wieder zurückporten können und wäre schon wieder da. Jetzt muss ich den ganzen Weg zurückgehen. Minato und seine Einfälle, die nicht viel zu spät kommen. Oh Gott! What the fuck? Komm, ja! Huh! Ihr habt den aber jetzt nicht erweckt, oder? Leon, hast du Holz dabei? Ja. Warte. Sag mir, wenn ihr noch was braucht, ne? Wo ist denn da? Äh, da. Ah. Ey, du hast voll den coolen, mit uns. Okay, da unten ist ganz viel Geld. Das war's wert. Ah, den wollt ihr machen, achso. Das hab ich gern gesehen. König von hier aus abwollen. Warte mal, komm mal kurz hoch, bevor wir... Nein, 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 nein. Hab schon. Weg hier. Nein, kommt her. Wir müssen ins Spornfeuer setzen. War ein Spaß. Und ich bin noch nicht da. Nein, ich freu' eh keiner. Äh, wieso ist das kein Geheignis, das ist zu Hause? Was? Der Hintergrund. Ich hab ne Holzwand dabei. Kannst du die da reinsetzen, oder? Ja, die, vielleicht ist das das falsche Hintergrund. Nein. Kannst du's abbauen? Nee, kannst du's nicht hinsetzen, einfach? Nö. Egal, komm. Wer wird jetzt denn voraussichtlich sterben, also? Ich komm von Leon. Normal, was los? Oh man. Boah, ich hätt so gern so ne scheiß Hermesstiefel, wie heißen. Die mitte in so schnell rennt. Mann. Leon ist voll der Niederlooter. Ja, I got it. Was war da drin? Sag ich nicht. Du musst zwei Kilometer ins Meer. Sag ich nicht, alter. Fuck! Ich bin echt los. Aua. Was ein Pro, was ein Pro. Das ist der Best, Alter. Ihr müsst das dann wohl alleine machen. Zu zweit machen, meinst du? Ich bin nur 1600 Meter entfernt. Oh man. Das ist so langweilig. Minato, komm hoch. Nein! Leon, was war da jetzt? Leon, was war da jetzt drin? Da war ne Moskete-Kugeln drin. Kann gar nicht sein. Da muss dann auch ne Moskete drin gewesen sein. Ja, das stimmt. Bei mir ist da nur Moskete-Kugeln davon. Ah, da war auch ne Moskete drin, stimmt. Ja gut. Ne, weil bei mir war das aufgeläufig. Warte, geht Dingens. Minato, versuch hochzukommen. Ey, ich bin nicht tot. Noch ein Kilometer. Geht du die Justin? Geht nur ein, Luliföller. Es geht nur ein. Man, da fallen Wurmteile runter. Wie geht's? Lecker. Boah, ich mach den Fixer fertig. Ey, ich mach den unten noch so'n kleines Ding hier fertig. Ach, du noch noch. Wow, die sind aber ganz dringend. Also, ich führ hier unten auf den Teil von denen. Ja, das ist kein Totium. Und wie ehemaliger Leon nicht dabei. Und bitte. Und du störst gleich, pass auf. Ja. Nein. Oh, kage Ohrnugdorun. Aber jetzt bist du fertig, oder? Es besiegt, ja. Ach, come on. Ich bin doch gleich gekommen. Aber ich hab ein paar Sachen. Also, ich hab, äh... Geht, gleich wieder zurückgehen, oder? Ich hab ganz viel Dämoni... Äh, wie heißt das? Dämoni. Dämoni, genau. Und drei... Und gleich wieder zurückgehen, Alter. Oder? Justin. Hä? Wollen wir... Geht gleich wieder zurückgehen? Wollen wir die Augen jetzt machen? Ja, wenn ich da bin, können wir machen. Du, jetzt geh ich wieder zurück. Justin, hast du... Hast du ne Waffe bekommen? Ich weiß nicht, guck gerade, aber... Ich glaub, der droppt keine Waffe. Ne, ich glaub, der droppt nur dieses Dämonit. Ja. Und was bringt das? Damit kannst du Waffen herstellen, ne? Das ist ein Erdhalt, so wie Gold, oder so. Ja. Das ist halt... Also, Justin, wenn du mir... Wenn du mir ne Waffe herstellt, kriegst du ne... Na, was kriegst du denn dafür? Du kriegst den Spiegel auf jeden Fall. Und die Moskete. Wie, ein Spiegel. Du hast auch nur einen. Ja, und ich brauche einen. Und Justin, wie viel Dämonit hast du? Recht viel, oder? Ich hab nämlich 26 noch, glaub ich. Bau, das ist gut. Also, ich versuch für uns alle Waffen auf jeden Fall herzustellen. Also, ich hab jetzt 6. Kütuchisch! Ich wieg keine Waffe, ich wie eine Spitzhacke. Ja, okay, dann mach ich dir ne Dämonit-Spitzhacke. Weil damit kann man auf jeden Fall... Kann man damit auch Dämonit jetzt abbrauchen? Ja, oder? Eigentlich schon. Und wir können auch, glaub ich... Also, man kann schon mit Gold abbrauchen. Oder mit Platin. Wir können auch, ähm... Meteoriten abbauen, aber ist leider noch keiner eingetroffen. Boah, das kann doch jetzt nicht sein, dass ich hier... Hoffentlich, hoffentlich... Ich fliege da nicht auf unser Haus. Was ist schon mal passiert? Auf unser Haus? Nein, aber... Ich glaub, unser Haus ist ja am Spawn. Ich glaub, am Spawn... Nicht. Spawn kommt da nicht. Für mir war's mal, dass, äh... Dass der Metroid in einer fliegenden Insel eingeschlagen ist, und den hab ich dann nicht gefunden. Noi. Dann später hab ich den dann gefunden. Noi. Und dann war's in, äh... Fliegende Insel. Mir sind wir ins Meer eingeschlagen, hab ich ihn ne Stunde angesucht. On my way nach Hause. Ich bin halt... Ich bin halt... Ich bin halt die ganze Welt halt... Ist mal ne große Map dazu noch. Ich bin halt die ganze Welt rumgelaufen. Dann geht der Pfad. Zehn Minuten schon. Oder elf jetzt. Na, dann gib mir gleich dein Dämonit-Eats-Devil. Na warte, ich baue hier Kottletto ab. Und dann... Mh... Moven zwei von uns in die Hölle. Ich wünsch nie. Nein! Oh Gott. Alterlich. Scheiße, ich hoffe, einer hat schon Death-Counter gemacht, seit der Goblin-Armee. Oh boy, das ist so lächerlich, Alter. Für alle Folgen zusammen. Ich freue mich da wieder hochhangeln. Bunny ist eingetroffen. Oh, sexy. Kann nicht packen. Nen Watt... Loil, wie die ausschaut, Alter. Der will! Ja? Du kriegst mich hier, du schwein! Loil, die verkickst du dann fett, Alter! Scheiß Polizist! Weuh, weuh, weuh! Oh mein Gott, Deutschland verfolgt dich! Nein! Ja, ich hab dich! Woo! Und abgehangen. Ich krieg mich jetzt. Okay. Das dauert zu lang. Das ist nicht zu lang dauern, hätte ich es gemacht. Hä? Minato! Wieso haut sich alle zwei Minuten raus? Keine Ahnung! Woo! Justin ist da! Konfetti! Loil, wie geht das? Tibi! Woo! Yeah! Ich hab Konfetti, aber ich kann sie benutzen. Loil! Ey, Leute! Ja? Komm mal zu mir! Oha! Oha! Woo! Wie gesagt, Justin. Wenn du mir eine gute Waffe machst, du kriegst du einen Spiegel! Kommt mal zu mir! Ich hab meine Frage an. Okay, willst du ein, äh, ein, warte mal? Willst du ein 17-Nachgangsschadenschwert? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Kernkampf? Komm mal rüber! Komm mal rüber! Ich kann einen Bogen dir machen, einen guten Bogen! Ja, dann gib mir den Bogen! Was ist das? Ja, danke, ne? Komm her! Ja! Hey, Leute! Komm mal zu uns! Komm, weil du gestern Abend gut warst! Oh, danke! Ja! Kommst du, ey, bitte! Was hast du mir noch gegeben, hä? Ah, die Muskete! Was? Warte, warte, du kriegst noch was! Würde mir gerne so eine ganze Rüstung machen, wie toll ist die denn? Hier, verfolgt ins Essen! Leon, hast du noch Dämonit Ernst? Äh, nee, oder? Es ist weg! Das sind so kleine, runde Dinger! Was ist das denn überhaupt? Devil, brauchst du ein Dämonit Ernst? Ja! Dann kann ich mir Spitzhacke machen! Warte, warte! Hey, Bunny! Verkaufst du! Verkauf die! Devil! Ich hab die irgendwo grad Rauchgranaten hingeworfen! Rappelmüllchen! Irgendwann hat die eingesammelt! Devil, kommst du jetzt mal, grad mal? Smokeponkenfetti! Was, was? Devil! Ich brauch dein Dämonit Ernst! Ach so, ja, warte! Du hast mich geklaut! Boah, Devil! Äh... Dämonit Ernst? Lass mir jetzt das Auge machen, Mann! Muss ich das jetzt mal suchen! Da ist es! Ich bestelle das Auge! Du hast deine Spitzhacke schon, ne? Ah, das ist gerade eingeschränkt! Und er muss nichts dagegen eintauschen? Alles... Klar! Wir haben eine Länge in dir, der guck für Spitzhacke! Minato? Hast du schon so eine Spitzhacke? Ne, ich brauch aber noch eine! Ich brauch nur noch sechs Dämonit-Bahn, weil ich hab schon sechs! Von vorhin, also hab ich mir selbst gemacht! Okay, weil... Das ist dumme, weil... Ich hab jetzt auch nur noch zwölf! Ja, zwei, 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 zwei! Wir brauchen die jeden Fall, damit wir in die Hölle graben können, also... Und da ich die Hölle gehe, bräuchte ich einen! Ja, ich geh auch in die Hölle! Ja, ich geh auch in die Hölle! Ja, ich hab... Wenn ich kann noch eine Spitzhacke machen, dann hab ich aber nur noch... nichts mehr! Ja, ich hab noch sechs vier! Dann hab ich nur noch nichts mehr! Und das hab ich auch noch! Das war aber! Setz wir aber auch... Ja, wenn wir jetzt... Wenn mit dem Auge kennen, kriegen wir ja eh wieder was! Ja, genau, das ist immer so rummachen! Äh, Moment! Wird gerade Nacht oder Wird gerade der Tag? Mein Ding! Okay... Dann... Was ist jetzt? Nacht oder Tag? Keine Ahnung! Dann mach einfach mal, komm! Wir haben eh zwei! Warte! Ja! Auf die Boss-Kampf-Area los, Leute! Äh, ich platier noch mein Gold, ne? Ach ja, ich hab auch drei Gold, ne? Sollte ich doch mal... So, ich start mal! Ja, mach mal! Warte, ich mach mir nur ganz kurz noch ein paar andere Pfeile! Gar nicht! Ist nicht Nacht! Ist nicht Nacht? Nee! Ich glaube, es ist gerade Nacht, äh, Tag geworden! Scheiße! Ja, was wollte ich... Ich wollte jetzt... Ach ja, ich brauch Munition! Ich da... Ach, ich! Ja, du leckst! Hat einer Fackeln! Fackeln, Fackeln! Ach jetzt hab ich gar kein Gold, oh man! Fackeln, ja! Hat einer Fackeln von euch! Fackeln, hallo Fackeln! Was willst du denn für Fackeln? Am besten so 70 Stück oder so. Warte, ich hab was hier vorhin gefunden. Ich hab gar keine mehr. Oder? Doch, hier. Ganz normalen Fackeln. Ist mein einzigsten gewesen. Ich hab's überlebt. Ok. Danke. Warte, ich wollte jetzt... Was wollte ich jetzt? Hey, wählen wir was? Ach ja, mein Gold. Ich hab ganz viele komische Sachen gefunden. Hier. Ihr müsst hier dieses... Guck mal, das ist voll die Fischfalle da unten. Was müssen wir in die Maschine reingehen? Diese komischen Blöcke aus der... Die so runterfallen zum Set. Hier einfach unten in die Maschine einfach so links guckt drauf. Das verkauft n' der Adarber. Wo ist die Maschine? Ah, da. Ja, da dieses Pumpding. Einfach links drauf drücken. Ich hab das geil. Wie heißen die Blöcke? Glash, aber ich hab's auf Englisch. Also ich weiß nicht, wie es heißt. Das hört aus wie Schnee. Bloß nur... Ich glaub, das ist ein Matsch oder so. Mach mal. Hat mir... Da müssten wir doch noch was von den Kisten haben. Oder hast du's schon rausgeholt? Warte mal. Ja, hier haben wir's. Ja, schmeiß mal. Ich will das mal selber machen. Was denn? Wir müssen mal wissen, wie das ist. Einfach links-klick und dann einfach drauf auf die Maschine. Ja, geh weg. Da kommen die Dinger raus. Leon, geh mal. Was ist das? Einfach gedrückt halten. Loll. Was machst du jetzt? Was da alles rauskam jetzt? Was war das das hinterl? Warte, geh mir mal die alle in diese Kiste rein hier. In die... Was kam da raus? Kupfer. Zaphir. Zaphir. Da hab ich Amber. Na geh mal kurz. Ich mach dann mein Zeug mal da rein. Gold. Irgendeiner von euch hat meine zwei Rauchgranaten. So. Level, guck mal bei dir im Inventar, ob du viele Rauchgranaten hast von mir. Ich glaub nicht. Ich glaub nicht. Achso, das war das, was wir vielleicht schon sagen. Jetzt muss Nacht sein, aber... Ja. Hm? Mach, wir schau das Auge. Warte. Was kann man mit Konfetti machen, weiß es einer? Ne. Ja, wahrscheinlich schießt. Hey, das ist nicht nett. Los, kommt auf die Boss Area. Ja, ich bin nicht der, ich bin der da auch. Ich hab die, ich hab extra Geld für aufzugeben, um zu verschwenden. Warte, ich kann dir das Geld geben, das ist total billig. Alter, der fokusset immer den Articary. Ah, auf der. Der fokusset immer den Articary. Der fokusset immer den Articary. Wir sollten dir ein bisschen weiter rauslaufen, vom Haus weggehen. Der fokusset mich. Der Devil kommt doch nie rüber. Komm, lauf, lauf rüber, lauf. Ninja looten. oh noch eins direkt doch was unheimliche pfeile habe ich bekommen der will kommen vom haus weg der wird er gerade gepackt jungs lassen wir uns fort ich glaube wie er gar nicht angreift Aha! Meins, meins, meins! Oh Mann, Leon. Junge, voll outplayed. So Leon, gib mal das nächste Dämoniterz, was du hast. Ich hab nix bekommen. Doch, du musst Dämoniterz haben. Du kannst mir nix erzählen. Ja, Minato. Ja, das sollte hoffentlich reichen. Zehn Stück können wir davon machen. Ich hab ne Leuchtwurzel. Oh, ich... Gar nicht. Es reicht nur für eine Spitzhacke noch. Ja, für mich. Nein, für Minato. Ich sag Minato. Nee, wir machen was anders. Wir müssen irgendwie auslosen. Ich sag Minato. Ja, dann lass ihn aber nehmen, ey. Nein. Ich will eh nicht in die Hölle. Hier liegt sie. Komm her. Ja, keine Ahnung. Wir brauchen sowieso zwei. Wir müssen jetzt erstmal noch... Wir können ja nochmal in die Korinther... Lass da mal die Kacke da abbauen da. Was für ne Kacke? Ja, da wo wir eben den Wurm besiegt haben. Können wir das jetzt mit der abbauen? Ja. Sicher? Ja. Ja, natürlich. Boah, dann können wir den Wurm ja nochmal besiegen direkt. Wenn wir nochmal so ein paar... Ähm... Ja, da warten wir mal dann. Ich komm gleich, ne? Alles klar. Und der Part ging 20 Minuten. Alles klar. Wir sehen uns im nächsten Part. Und der nächste Folge geht hier. Da seht ihr nochmal den Wurm so. Alles klar. Haut rein. Ciao. Beste Leben. J giờ!